meinst du naja also ich warte immer noch auf den release von ich hab ja hier ich kann ja umschalten ich kann euch das erzeigen moment ich hab ja eine fairmedienung hier müsste direkt auf steam gehen genau hier so lange ich hier nicht spielen kann geht nichts also ich warte immer noch auf die release ich bin da abhängig von steam ich habe keine playstation version schon bekommen und freitag oder keine xbox am samstag bin immer noch abhängig von steam ich habe das schon geladen vor einigen tagen aber geht das nicht passiert nichts und ich habe dieses bild am oberen monitor ich war da drauf alles klar einwand schlaf schön und träum süß jetzt ist es vorbeischauen jedes wird sofort live geupdatet wo also war bis jetzt bei allen spielen so wurde sofort live geupdatet also wenn es frei ist frei da musst du nicht neu steuern oder so war bis jetzt immer so könnte ich ja probieren aber dieser artikel ist nicht verfügbar okay jo sorry leute dass ich euch nicht zeigen kann mir sind die hände gewonnen ich weiß viele andere streamer auch deutsche alles haben schon heute früh gezeigt oder gestern also ich versuche das halt eher hier also mit steam keine ahnung aber es müsste ja gleich verfügbar sein ich schätze mal ein paar minuten steam hat ja gesagt in einer stunde vor einer stunde aber kriegen wir trotzdem wenig egal egal wie es ist wir machen es einfach hey the king schönen guten abend schön dass du da bist und merci für deinen follow haupt spaß genießt die show und liebe grüße aus münchen schicke ich dir ich war gerade ein bisschen konzentriert auf das eine rennenfahrt deswegen habe ich erst jetzt dachte ich mir wütig direkt ja ist halt schon ein bisschen wieder schlag ins gesicht hier oh mein controller ist leer oder was moment moment ich will mal kurz batterien holen jetzt kann ich nicht mehr ins rennen und dann oh mein also 이� Gaga mal kurz bei bei ich ich bei ich Oh Gott, Gott. Nimm mal ganz schnell ein BMW 490 und Tune es. Ja, in der Meisterschaft ist jetzt schlecht zu wechseln. Ich muss ja komplett alles abbrechen. Ich bin mitten in der Meisterschaft. Ich finde keine Batterie, deswegen nehme ich die 536 raus. Ich habe jetzt nicht das vorbereitet. Ich habe nicht gedacht, dass das der Scheiß ausgeht hier. Und ich muss dann Bescheid sagen, dass man die Batterien kaufen geht, ich kann sie selbst nicht machen. Die 360-Kontrolle, da musst du noch welche haben hier. Das scheiß Rausch, was ihr hört, ist der Lüfter von der Xbox. Der Xbox von der Lenkrad. Ich bin sorry, ich habe vergessen, den Ton auszumachen, falls ihr mich ab und zu mal schreien gehört habt oder sowas, einfach weil ich nicht gescheit auftreten konnte. Von welchem Spiel redest du denn? Von dem Spiel hier, das kommt noch, ist Xbox exklusiv. Nö, kann immer noch nicht geladen werden, das Spiel. Also, gestartet werden. Hat irgendeiner mehr Infos? Und das i-vd-befind endlich kommt hier. Kann man auch alleine schalten? Achso, ich mache ja die ganze Zeit. Hörst du nicht das schalten, klick, klick, klick? Also, ich schalte ja die ganze Zeit alleine. Keine Ahnung, hört man das nicht, das klick, klick, klick? Was für ein Lenker nutze ich das Thrustmaster TX458, aber nicht den original Lenkeraufsatz, da der kacke ist, sondern die Formula 1 Edition hier. Also, Formel 1 Lenker von Scuderia Ferrari. Ist hochwertig, ist nicht so viel Plastik wie im Original. Hey Millicubei, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Alles klar, dann schlaf schön und träum süß. Messe fürs Vorbeischauen. Mal wieder mal kurz ein bisschen hier aus Rennen positionieren. Ein paar Sekunden. Schon wieder regnet das. Ich hab keine Zeit, um hinter euch hier rum zu gammeln. Ich muss den ersten chasen. Was soll das? So, zwei sind weg, Kakehara und Ding Ding. Alles klar. Bei zwei. Beide schlafen schon, träumen süß. Messe fürs Vorbeischauen. Der erste ist gar nicht so weit weg. Okay, wir sind gar nicht stressen. Ja. Errahm ich halt. Boah, scheiße, scheiße. Weil ich die ersten paar Tage im Stream vergessen habe, dann hab ich sie weggetan. Dann meinten die Viewer, komm, das gehört dazu, lass einfach da. Also es ist keine Schleichwerbung, also ich mag die Schokolade einfach. Habe seit zwei Monaten zwar keine mehr gegessen, aber war halt einfach so vergessen am Anfang. Dann hab ich sie weggetan und dann meintet ihr, ich soll sie trotzdem da lassen. Naja, ich hab hier das Fanatic Lenker, das CSR EU Wheel für die 360, aber ich bin mit dem mir wirklich zurechtgekommen, hab mich immer genervt. Ist von der, ja, von den ganzen Vibrationen und das ganze Force-Feedback sehr sehr komisch. World First! Noch ein Sieg! Das wird ja langsam zur Gewohnheit. Jo, geht sogar. Okay, Evil geht, alles klar. Schalten wir sofort um. Dann kommt die Kamera weg. Zack. Titel wird geändert, Lenker muss ich noch abbauen oder so. Ja, sofort, sofort, sofort. Titel wird geändert. Zack, zack. Ändern. Evil Within. Änderung Titel, Änderung Spiel. Spiel Update passt. Jetzt muss ich nur noch die, jetzt muss ich nur noch das umbauen oder so. Sprich Lenker weg, Xbox aus, umschalten und dann geht's los. Ladies and Gentlemen. Die Evil Within. Ja, und dieses Sein lag ich auch hier umbauen. Ja, aber ich hab damals für den ganzen Schnickschnack, ich hab ja CSR-Wheel mir geholt mit extra Elite-Club-Spots-Pedals, dann mit dem Wheel-Stand, also mit dem Ständer, mit extra H-Schaltung, mit extra normale Schaltung, also so viel fucking investiert und dann ist es so ein Dreck das Teil, also hab ich so aufgeregt. So, Ton muss ich umschalten auf den anderen PC. Mein Stream muss ich ausmachen. Den anderen Stream mache ich auch aus. Und, äh, ja, Steam ist an. So, ähm, lass mich mal kurz Lenkrad abbauen. Wow, ich stecke hier aus und der Monitor geht kurz außen wieder an. Ich quatsche währenddessen. Wieso Mute beim Umbauen? Ist doch, ist doch kein Stress. Ich muss nur das fucking Lenkrad wegschrauben. Das muss ich jeden Tag hier anbauen, abbauen, anbauen, abbauen, weil das ist die einzige Möglichkeit, dass ich überhaupt hier, mein einziger Tisch auf dem ich sitzen kann und was essen oder trinken. So. Ach du Kacke. Ach, He-Man. Ach du Kacke. Ach, He-Man. Hey Tim, grüß dich. Leute, das Ding ist gar nicht so, gar nicht so leicht. Okay. So, let's switch. Pass das so, seht ihr genug, die Tastatur, seht ihr alles, glaub schon. Erstmal den müsst ihr ausmachen. Das update Grad, gell, das Ding. Das, ich werde auch mal kurz hier, kurz noch einschalten, hier. Fraps. Um wirklich sicher zu gehen, dass 30 Frames sind. Es könnten ja auch nur zwei Frames sein. Ich muss die Fernbedienung hier umschalten auf eins. Eins müsste PC sein. Also, der PC, der Sound. Genau, wird aktualisiert, dauert eine Stunde am Arsch hier. Äh, ja. Die müssen dann schon noch irgendwas aktualisieren hier. Aber es müsste schnell gehen. Geladen habe ich schon. Also, 31 GB habe ich schon geladen. Von daher. Der Follow-Ton ist übel. Es lauert der Schrecke jedes Mal. Äh. Sieben Minuten. Okay. Acht Minuten. Ne, das kommt schon. Es schätze ich mal, wird erst entpackt, entschlüsselt oder so. Also, dekodiert. Keine Ahnung. Und da muss ich sowieso noch im Stream hier. Äh. Äh. Das Bild. Äh. Äh. Setzen. Hohoho. So. Und etwas kleiner vielleicht. Dahin und her schieben. Äh. Da. Szene bearbeiten. Äh. So. So. Wieso. Wieso ist denn das nicht ganz geschrieben? Ist das Bild wirklich so pimmelhaft oder was? Lassen wir das ganze Bild mal anschauen. Das ist doch nur ein halbes Bild. Also, ich tue das schnell mal so hin basteln, solange das hier. Äh. Das Bild war aber nur so halb, gell? Evil. Ich hab das Original vom Ding hier. Evil. Das ist doch nur halb hier. Da steht doch, da fehlt doch ein Buchstabe, oder? Da fehlt doch ein Buchstabe. Da fehlt doch ein Buchstabe.